Hallo meine Freunde, willkommen. Zeroing in heißt die nächste Mission endlich mal wieder zu Hause bzw. bei Caesar. Aber wir haben es eigentlich planen. Schau dich, mein Baby, wir müssen unser erstes Projekt holen. Endlich! Es funktioniert! Was funktioniert? Oh, nur ein einfaches bisschen elektronischer Wälder und intellektuelles Bombast, die in die Art der Satellitenimmobilisierung der Technologie aufbordet unser Target-Vehikel. Ich weiß nicht, was er gerade gesagt hat, aber es ist auf. Ja, es ist auf. Warte, was ist auf? Alles klar, diese ist schon eine besondere Figur. Dieses Gadget ist setz, um auf Telefon-Signalen zu holen. Jedes Mal, wenn sie eine Telefon macht, wird sie dir die neue Position geben. Du musst nahe bleiben, wenn du eine neuere Position bekommst. Okay? Aha. Für mich, gut zu sehen, Z. Lass die Spuren nicht kalt werden, okay. Wenn er die Verfolgungsjagd-Technik an die und eine Fasche, die er nicht amüsiert hat. Achso. Okay. Oh Gott. Ich bin ja schon unterwegs. Da ist sie. Fuck, zu früh. Fuck. 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 Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Go, 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 go. Da ist sie. Ramme ist leicht am Heck, damit es ein Schleubengerät. Okay. Hey, Nisse. Komm her! Komm her! Komm her! Ernsthaft? Jetzt kriege ich dich, Baby. Ernsthaft? Bleib stehen! Ich weiß zwar nicht, was die Leute da mit diesem Auto da wollen, denn es ist ziemlich hässlich, aber gut. Was soll's. Wird schon seinen Sinn haben. So, hier hoch. Dann eigentlich nur noch der Straßenbahn folgen, denn die führt eigentlich genau zu unserem Ghetto. Aber wir können auch eine Abkürzung nehmen. Und zwar hier rüber und dann über die Baustelle und dann sind wir auch schon da. Tada! In der Tuning-Werkstatt in Ocean Flats kannst du Autos für Straßenrennen umbauen. Die Autos, die du für deine Werkstattkunden stiehlst, sind in Wang Cars Showroom zu finden. Okay. Test Drive. Hey, Carl! There's two cars on the list, they say. And they're in the showroom across town. Let's go get them. I always admire your direct approach, hombre. Test Drive. Test Drive. Test Drive. Okay, let's go get those wheels. Gut, dann holen wir uns mal schnell das Auto aus dem Showroom. Der ist da oben. Dieses Gebäude haben wir jetzt nämlich gekauft. Vor diesem Part. Aber scheinbar ist da niemand. So, komm her. Eben dieses Gebäude hier. San Piero, Mann. San Piero, Mann. My home will always be the Varios and El Corona, but this city, it has something gentle about it. Yeah, I know what you mean. Kendall seems to like it too, you know? Oh yeah, she's really getting her head into this business thing. That's good. She's always been the brains of the family. She should get off the ghetto and make something of herself. I think she's aiming to make something out of all of us, eh? Yeah, she's the moms of the family now. Hey, who's this truth guy, Holmes? I don't think he's wrapped too tight. He just sees everything from a different perspective, that's all. At first, I thought he was just another acid casualty fruitcake. But some of the things he say, I don't know, man. It ain't all bullshit. Hey, you gonna become an alien hunter, Holmes? I'll take a rain check on that one. Good tavern, huh? This is the place. The cars are on the second floor. Second floor? Shit. Can I help you two, gentlemen? Yeah. You can help us by going to help some other motherfucker. Yeah, that sounds like a good idea. Alright, CJ. It's time to roll. Just follow the leader. You better keep up. Ah, you a maniac, S, eh? Alles klar. Dann mal los. This walking truck is working? Yeah. Readin' you loud and clear. Come on, DJ. See if you can keep up with Caesar Fields. Beat the tram up the hill. Beat some chocolate cake. Nice. Hey, CJ, watch this. Nitro. Juuuuhuuu Ja der Schwede Ordentliche Beschleunigung mit dem Nitro Schneller Ja Alles klar Können wir denken, um zurück zu kommen, bevor ich in einer Barbeque zu kommen Natürlich, ich glaube, wir haben sie verloren Da ist ein Kurzschritt dieser Weg Alter Schwede, ich hab gar keinen Überblick mehr. Oh nein. Oh nein! Oh toll. Oh toll. Ja, von wegen! Von wegen! Verdammte Scheiße, du blöde Missgeburt. Halt die Fresse. Toll. Wir waren schon da. Oh. Wir sehen uns dann. Am Ende der Mission. Wir machen sie jetzt nochmal. Aber da brauch ich euch ja nicht nochmal mitzunehmen dabei. Gott sei Dank. Grad weiter. Ja, ich habe es. Es ist in der Manifold. Oh shit, ich habe einfach verändert diese Fresse. Ich muss es haben, es hat eine Krimp in es. Damn. Hey, Sees. Ihr Junge ist hier. Er ist nicht mein Junge. Hey. Wir sind fast wie normaler Leben, huh? Das ist sehr weit von Grove Street, right? Yeah, I know, but I just can't get it out the back of my mind. Minds, sweet, smoke. I just can't let that go. I know. So what are we going to do about sweet? See, it's a shitty situation, but I got to let it play out a little longer, okay? Okay, but be careful. We ain't trying to lose you again. That's right, sis. Good looking out. Hey, Carl! I got a rap to you, Holmes. I know a guy who knows a guy who handles freight containers down on the docks. He saw one of the containers was loading of cars, and one was a match for a car on a customer's wish list. So he marked the container with a spray can, but it might be too late. The ship's loading, and it moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out. See what we can see. Okay. Let's go. Let's go. Hmm, it's out of time now it has to rain. How are we going to steal a car from the container ship, Holmes? Who knows? The same way they got on. Use a dockside crane. Man, those things are real high up. I need to go with ladders, and I'm afraid of heights. Okay, I'll use the crane. You better be ready to crack the container. Very cool. Cool. So, we'll just take that. English. Still, okay. Bye bye. 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 Jetzt bin ich mal gespannt. Toll. War klar. Dann nehmen wir jetzt eben den mittleren, der wird es dann wahrscheinlich sein. Weil alle denken jetzt, ne, der in der Mitte wird es nicht sein. Dann nehmen wir den rechten und dann erst den in der Mitte. Und wir nehmen direkt den in der Mitte. Oh. Natürlich. Das ändert schon ein bisschen an künstliches Spielzeitstrecken. Hauen wir den Container eben dann noch hin. Meine Güte. Oh shit. Ach komm. Ach komm. Jesus, ist das dein Ernst? Fick dich. Machen wir noch mal. Fick dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gott sei Dank! Oh Verpiss dich! Oh Gut, dann mal schnell weg! Jetzt hat's beim zweiten Versuch... Oh, hat der geklappt? Sure Holmes! I guess! But what else you qualified for? Yeah, I feel you! Gott sei Dank ist es nicht so weit weg! Hey Holmes, that was fun! We should do that again! Vielleicht ein andermal! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Bis dann! Und tschüss! 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 Tschüss!